Hey Leute, cool, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Vielen Dank schon mal dafür. Was erwartet euch hier? Motorsport, Behind-the-Scenes, Onboard-Aufnahmen, Tech-Quizne, Fahrberichte von den Autos, mit denen ich unterwegs bin, Vlogs, wenn ich auf Events unterwegs bin und eine Sache, die nenne ich Boxenfunk. Ihr stellt mir eure Fragen und ich antworte drauf. Das einzige, was ihr machen müsst, den Kanal abonnieren und immer schönen Daumen nach oben geben. Viel Spaß beim Zuschauen.